Hallo Leute und willkommen zu 17er9 Folge von Bananamall Bananaa Bananaa Oh, Bananaa schlägt von sich aus wieder Sehr wunderschön für uns Ach, da war es Die ist halt von sich ausgeschlagen Bananaa 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 Oh, 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 oh Zwei Bananaa Oh, so viele wunderschöne Bananen, die ich mir beim Die sehen aus, als hätte ich gerade beim Aldi oder so gekauft Bananaa Warte, wo fliegst du denn hin? In die richtige Richtung Ich sag ja, ich besiege dich Ja klar, wo fliegst du denn hin? Ich sag ja, ich besiege dich Wuh, wuh, wuh Wuh, wuh, Kevin 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 Ich wollte mich durch dich reinschieben lassen, hat aber leider nicht funktioniert Wow, danke Danke Das hat mich einen Schlag umsonst gekostet, Kevin Das werde ich dir nicht verzeihen Oh Boah Ich schlag dich auch einmal weg Einmal mach ich dich fertig, Kevin Irgendwann, du weißt nicht wann Könnte diese Folge sein, könnte nächste Folge sein Das ist sowieso sowieso so ein Ding Aber eines Tages Das war jetzt nicht mehr anders Doch, du hast den Weg, ich bin reingerollt Ich bin ja, ich hab jetzt vor dir geschlagen Ja, das zählt nicht Du hast gemogelt jetzt gerade Das ist das Ding, was du jetzt aufgeschlagen hast Nein, hab ich nicht Doch Du weißt nicht wann das passieren wird Könnte auch nächstes Jahr erst sein In einem anderen Spiel Ja, denkst du wirklich, du veränderst dich da dran? Das treibst du dir so auf, ne? Ja, das treib ich grad auf Könnte aber Vollgeist sein, du weißt nie wann das passieren wird Wann meine Rache kommt Okay, Vollgeist könntest du aber so sehen Was kommt auch an, was wir machen uns Dann Ah nein Äh Und selber dann So So im Im Duoshow, ne? Ja Vollgeist Hier hältst du das dann fest so Blub Sonst muss ich aber selber mögeln Hm Oh 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 Ich hab auch nicht geschafft Hallo Ich hab auch nicht Ich hab auch nicht Ich hab auch nicht Ja und ich hab nicht nach oben Das ist aber doof Was bist du denn für ein Kevin? Nein, das war zu kurz Alter, also bremst der Bremst der Moment, warte, bleib stehen Bleib stehen Nein, 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 nein 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 Okay Okay Ich wollte es gut machen Du musst es nicht Das war ja ein Witzern Ja trotzdem Ich wollte es wieder gut machen Ich habe ja extra das eingeschaltet Sonst gesagt Ich werde geschlagen Guck Ja ja Und sei sehr langweilig Aber trotzdem Wenn ich mich irgendwann bei dir rächen Irgendwann Warum? Ich hab grad was Gutes gemacht Dass ich zu schwach gaun habe Ey, scheiße Tja Die guten Dinge zählen Ich zähle nur die bösen Dinge Ach so, dann Kann ich mich schon wieder anstrengen Gutes was für Weicheier Gutes was für Weicheier Bist du gut, dann bist du einfach noch zu schwach Erstmal ein Knoppers Erstmal ein Knoppers Erstmal ein Knoppers? Ha, das wird doof Nein Bananas mögen mich nicht Nein Ja Mich auch nicht Doch, du führst ja deutlich Deutlich Vier Punkte Ja, ist deutlich Das sah eben anders aus In der letzten Frage Nein, oh Gott Mach das nicht, mach das nicht Ich mach was anderes Er hat starst in diesen Trick, wa? Alter Das war ziemlich schlau, von denen dann ein Loch hin zu machen Weil das werden alle so probieren Oh Gott, bin ich schlecht Das war es mit der für deutlich, wa? Ja, komm, ich hole jetzt auch Es sind zwei Punkte nur noch Papa Nein Wie gesagt, ich will dich kaputt machen Ich werde dich auch Oh, das war zu kurz Ja Ich hab gesagt, das war's Oh, Loch Loch Da waren zwei Löcher und ich bin ein Loch gefangen Ja klar, der Kevin, der schlau... Ja, klar Ach komm, ich hab kein Bock mehr auf den Lab Du gewinnst schon wieder Nein Nicht, wenn ich es ruhig schlage Ich seh nicht nur, wie du da vorbeifliegst Ich komm da nicht früher, ist das Problem Der fünf, ich brauch schon allein zehn oder so Ja Ich probiere das auch Ja Oh nein, ja Oh Gott, oh Gott, wie willst du da jetzt wegkommen? Ach ja Ich hab mein Teil aufgegeben Ich kann aufholen Du hast aufgeholt Nein, ich mein allgemein Nein Nein Hat mir nichts gebracht, Kevin Ich hab auch geschlagen bekommen Was? Das ist ein Loch Was ist das denn? Karma Wenn ich stark genug schlage, komm ich Wie ist das? Toll Acht Schläge Ja, meine Rache kam unverhofft Ich hab damit eigentlich gerechnet, dass es passiert, aber... Ja, aber du wusstest nicht wann Ich wollte genau in dem Moment schlagen, das ist was von mir Nein, du wusstest Das ist nicht wann Genau Sie hast ja immer kommen können Hä, warum sollte man da durchschlagen? Hä? Bananen! Hey, die Banane bewegt bestand es halt Uh Bananen Echte Bananen Echte Bananen Nicht Fake Bananen Kikita Bananen, ja Nein, Bananen! Oh, die Bananen Boah, die Kist hat sich gerettet Ich mochte die Bananen auf den Kanaren Jo Die darf ich bald essen Die waren so klein Ich komm da nicht rüber, weil ich zu Schlag schlage Ich darf die bald wieder essen, die Bananen Oh man, ey Die Bananen vergewaltigen mich Ja, haben sie mich auch Aber die werden ein bisschen brutaler Wartung und zack Ich glaub, du gewinnst halt sehr gut gerade Bananen Ach man, ey Was ist denn los? Jetzt sind noch Wie viele sind's überhaupt? 20? Ich muss aber dazu sagen, ich bin sehr müde, ne? Ich auch Wann bist du aufgestanden? Ich bin da 5 Uhr wach Wann? 5? Ja, das ist wirklich gleich lang wach Aber du hattest körperlich anstrengender, nahebreiter als ich Merkst du wach? Aber ich war in der Deutschen Bahn Ja, mit der Deutschen Bahn bin ich gefahren Das ist mental sehr anstrengend Ja, ja Ist es wirklich? Ich weiß gar nicht, was für Paner die ganze Zeit da rumfahren und rumrotzen überall und keine Ahne was Ist ja ekelig Dann hol die ein Auto Ich will kein Auto Warum? Klima und Angst vor Autofahren Klima Oh Fuck, ey, kommt der nicht hoch Er hat lieber Nein Ich habe richtig Danke Trotzdem 69 Ich schlage einfach Ach Das war richtig gut Muss echt Da kommt der Sprung von Ende Das ist wohl nicht so gut Auszieht Boing, 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 boing Und du Noch nö Der Kevin möchte gerade Punkte machen, habe ich gehört Ja Mhm Das finde ich aber nicht sehr nett vom Kevin, Leute Was sagt der dazu? Oh, es hat 30 Runden, die sind 30? Gott 30 Mal Schikita Bananen, oder Föcker? Jawohl, nein! Ich bin aus dem Loch wieder rausgefroren Warum macht er das so? Der drin Der drin Ja, nur bei mir war es halt, ich war in dem Loch drin Was war das denn? Ich habe ganz leicht geschlagen und der ist erstmal geflogen Okay Ich hasse sowas Hä? Wie kommst du doch da? Ich fliege Ja, sehr gut Könnt ihr warten? Kannst du es so machen? Ach man, ich würde aber nicht so ein, diese ein, zwei Folgen hintereinander welchen verlieren Shit Ui Egal Juhi Da fliege ich halt mal Da verlige ich halt was Hä? Man kann da herfahren, oder macht geradeaus? Mhhh 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 Nein, das war die Decke. Uff! Ach man! Nein, ich bin drüber geflogen. Ruhig durchatmen. Ganz ruhig, Braunau. Wo ist das Loch hin? Auf der anderen Seite. Sammel ruhig. Der geht durch die Wand, das habt ihr gesehen, Leute. Anzeige ist raus. Was? Dazu sagt er nichts mal was. Nichts mal was, weil ich nichts mal Deutsch kann. Nein! Sehr schön. Toi! Willst du mich verarschen? Ich schaff... Genau, deswegen habe ich den Weg nicht benutzt. Na, egal. Damit kann ich leben. Na Bock, ey! Verliere ich halt. Dreimal hintereinander. Ne, zweimal hintereinander. Was? Weiß ich gar nicht. Die letzte Folge haben wir glaube ich halb hart gemacht, ne? Davor die Folge. Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Aber ich führe ja so gut, dass... Du darfst ein paar Punkte machen. Sag das nicht zu laut, am Ende bin schon immer dran. Ich jinx das nicht. Nein! Genau in der Kante entlang geschraubt. Alter, das ist scheiße. Alter, das ist steiler und sauste. Ja. Das sieht vor allem sehr bananisch aus. Ja, Bananaa! 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 Bananaaaa! 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 Das sind voll die schwerkriminellen Bananen. Und du auch. Warum die schwerkriminellen? Keine Ahnung. Die haben Pyjamas an und das nachts. Äh, tagsüber. Mit Bande! Nein! Abgesehen davon sind Bio-Mutanten illegal. Bio-Mutanten. Dann benutze ich die Kante. Die bringt dich dahin, wo ich bin. NACH-UH! Das war zu schwach! In der Tat! Hallo! Mach hier durch! Du kannst da stehen bleiben?! Ja... ich kann das. vorlegen bitte nein das war schlau jawohl 30a meint er mit 30 holzen ja h mh kennst du den kmh ok was passiert hier? kennst du doch KMS? ach nö was ist das dann das habe ich zu spät gesehen ich auch jetzt probiert das ich hab das schon gesehen ach mann ich lag zu schwach ich hätte mit 3 reinmachen gehen können nein ich brauch 5 ja du hast trotzdem 10 Punkte vorspielen muss genau treffen ich hab den Baum getroffen alles klar du hast doch auch grad den Baum getroffen warum hast du dich zurückgesetzt ja weil ich dachte der Baum bringt dich nicht ins Ziel doch mich hat er ins Ziel gebracht so bin ich und wenn ja wie viele was bringt was bringt warum ach man ich bin auch deswegen verliere ich die ganze nette du führst alles gut ich habe jetzt zwei miteinander geschlagen aber ich nicht geschlagen habe das ist natürlich doof ja ich komme da nicht durch alter es gibt immer eine Map die richtig scheiße ist bei mir ja bei mir sind es viele ja guck mal 3 Punkte nur noch ja das ist doch spannender ja aber genau sowas hasse ich ja das ist spannend nein das ist genau okay das ist doof das habe ich jetzt 3 mal gehabt ne ja ich schau mal wenn ich jetzt ne punkt gleich ne punkt gleich jetzt wenn ich deswegen gewinne dann zähle ich uns beide einen Punkt außer wenn ich 4 Punkte Vorsprung habe dann nicht ne mit jetzt ach gut fällt auch noch okay das finde ich gut aber wenn du gewinnst dann kannst du aber Sturz auf dich sein ne 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 Ach so, okay. Oh, shit. Aber ich werde dir sowieso jetzt zu schwach hauen. Das habe ich gesagt. Alter, wo fliegst du hin? Richtung Ziel. Ja. Ich schlage immer zu. Nein! Willst du mich verarschen? Oh, Mann, du hast es geklappt. Ich weiß nicht, warum ich das große Problem habe mit diesem... Ich schlag mal selber. Ich bin Controller und hör nicht auf dich. Nein! Oh, Mann, oder so? Nein! Nein! Nein, bitte nicht, Kevin, du darfst ja nichts mehr mehr geben, das auch dachtest du. Ach komm, ey. Diese Maus, ne? Ich kenn das. Ari reagiert so, mal so. Oh. Oh. Okay. Als wäre das irgendwie Teppich, der extrem bremst, ne? Ja, das stimmt Wow Sie sind parallel in die andere Richtung gefahren Ich fliege zurück Dein Weg war klüger Ach so, der ist aus der Mauer da Kam nicht bis zur Mauer Ja klar, der fliegt Komm schon Oh scheiße, ich hab mich zurückgesetzt Und? Die Freunde geht eh um dich Ja, mein Name wieder so etwas, wo ich dann die 12 Schläge gebrauche wieder Komm, ich hasse das Spiel heute Das war mega, komm schon Jawohl, das war mega gut Das Ding bremst extrem ab, ich sag's dir Zumindest wenn du dich halbwegs drehst Tschau Tschüss Der Sieg war so nah und auch so fair Es ist zu warm, um schön zu sein Was? Taddy, es ist zu schön, um wahr zu sein Es ist zu warm, um schön zu sein Kennst du das nicht? Zu warm, um schön zu sein? Kennst du das nicht? Den Satz nicht Spongebob, wo das Taddy zu Spongebob sagt, als der sagt, es ist zu schön, um wahr zu sein Da sagt er, es ist zu warm, um schön zu sein Ich glaube, bei der Nachtschicht oder so Weißt du, wie lange ich keinen Spot von mir gesehen habe? Ich auch nicht, aber ich habe mein Ding gemessen Ich habe halt ein Gerirr und das funktioniert Hab ich auch, aber ich merke mir nur, was das wichtig ist Ich merke mal beides Ja, gut, du ziehst dich direkt vor mir Oh nein Wow, danke Nee, da kann ich nicht Ach, willst du mich verarschen? Danke, danke Alter, willst du mich verarschen? Du kleine Das verdienst du dich Das verdienst Das verdienst Das verdienst Das verdienst du nicht Ja, dann Vielen Dank fürs Bis zum nächsten Mal Tschüss Ich habe sogar auch Beweise Ciao Bis zum nächsten Mal Ich habe Hunger